hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu der neuen folge der zeit ich habe rausgefunden wie es funktioniert man drückt den rechtsklick und dann auf cell machen wir das mal klar okay das behalten wir als futter und so weiter und so fort das kann das will er nicht haben die teile habe ich hier gefunden die lagen hier einfach so rum ich bin ja nicht so steckt das einfach mal ein warum es besser als brauchen so hier haben wir einen anderen trader und der nimmt uns die ganzen bummen ab so ich behalte nur die pistole immer 762 25 weißt du was du kannst das gute stück haben ich nehme das und dazu die und dann die hier rein so machen wir mal unsere kohle hier rein und wir brauchen unsere kohle reinpacken ist egal wo ich die kohle reinpacken ist überall immer wieder da wir brauchen bandages ich habe 5000 ich könnte mir fünf davon holen okay da muss man drücken sehr schön sehr schön die kohle packen wir hier rein da ist sie relativ sicher hoffen wir mal hier weg token walkie dokie parts die hier hin sehr gut man wird den nach da das darüber das hier hin sehr schön gut haben wir den teil ich würde sagen stürzen wir uns in den spaß lass uns einfach mal hier rauf gehen ich habe noch nicht hier mal mich umgeschaut jetzt hier irgendwas wenn man nachher so aussieht dann ja dann hat man es geschafft dann hat man schon ordentlich was gerissen so lass uns mal gucken auf der map gehen wir mal dort hin das sieht gut aus und die waffe weggepackt dann sind wir schneller habe ich gehört ich weiß es nicht ich weiß es nicht gehen wir mal den weg hier lang vielleicht erkennen wir irgendwelche bösen jungs unterwegs und wir können vielleicht mit zweifelsfall ein paar umnieten zugstrecke und gleise gut ab hier beginnt der spaß wieder gucken wir mal rennen wir wie die wilden also ich habe mich mal umgeschaut wegen wegen den waffen wow wow sag ich nur also da muss man schon richtig kohle haben um da irgendwas schönes zu bekommen ja im zweifelsfall kann man welche erbeuten wenn man dann hier ein paar leute um pustet frage ist kann man das immer oder kann man das nicht muss man sehen wir haben genügend munition für unsere kleine buste hier gehen wir den weg weiter oder wenn wir land einwärts lange es nur patrouillen von ein maximal zwei leuten sind könnte ich die umnieten solange sie nicht wer weiß wie gut sind ist da eine ganz gefährlicher busch keep running raum stumpf ach ganz gefährlich hui gucken wir mal dass wir hier hoffentlich was finden was gut ist get 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 over geh doch so hol mal raus okay 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 noch mehr böse jungs noch mehr böse jungs sag mal so kann auch wohl nicht angehen so äh das main schnelle da 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 St hiervon sehr gut wir haben keine kein fach okay welche beim luden wir mal dass wir hier was finden vielleicht noch er hat die ganzen kühe umgenietet wo ist das give me sie genau komischer Alter. Gib mir die zwei. Er hat mich geklippt. Wieso kriege ich das nicht? Ich will es. Warte, 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 warte. Aha! Okay, Nummer 6. Alles klar, das geht also anders hier. Wir haben also eine Schrotflinte mit einer Lampe, wie es aussah. Lass uns noch mal kurz gucken. Ja. Okay. Äh, Torch. Okay. Clear! Can't stuff. Hier, Munition. Haben nur... ...zwei mal zwei Schuss und noch einen als Reserve. Torch out. Irgendwelche tollen Sachen hier. Nein! Okay. Du, 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 du. Haben wir eine Map? Wo sind wir? Machen wir uns mal darüber. schiff doch so machen wir uns mal auf den auf den weg wobei da ist noch das gebäude kann muss nochmal fix angucken man merkt man ist wesentlich langsamer mit einer waffe in der hand das eine schimaske weißt du was würde sehen wir doch gut aus was auch immer das darstellt get over get up go oh boy nix i keep running on the road again i'm on the road again ok wenn ich mich umdrehe meine eigenen fußschritte echt nicht schön Komm schon, komm schon, komm schon Oh Okay, wir brauchen Gib mir mal die 5 Die 5 Meine 1, gib Gas So, die 1, let's go Okay Okay Alles, alles meins Soda Okay Ein kleines Dörfchen direkt hier Hier rein Hello Anybody home Okay Also Ich habe Wieder mal eine Schrautflinte gefunden Can't fish Check all Mais Soda Stuff Kann ich nicht benutzen Weil ich nicht genügend Platz habe Ready, go Gib mir die 3 Die 3 Bye Okay Okay Nothing to see here This house is clear Okay War schon einer vor mir hier Und hat das Ding geklärt Hier kommt man nicht rein Okay 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 Oh Eine natürliche Umgebung Für einen kleinen Bösen Überfall Trecksuit Moonshine Mechanical Parts Oh je Ernsthaft Guck mal noch so als wenn du dir jetzt weh getan hättest Workbench Shield Buildable Shield Open the door Crap Crap Wann ich ran zoomen Okay Der ist noch da Die 5 Trink mal was Trinken 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 Nice Nice Good Good Oh Die dicke fette Scheune Mit dem Auto Hier der Hobel Robbing Alkohol Moonshine 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 Können wir uns auch nicht die Kante geben hier Trecksuit Pants So lass uns mal gucken was wir hier alles haben Wir haben Backsuit Pants Ist ja alles nett Robbing Alkohol Und Schein Nett Nett Are you kidding me Man, man, man Dudes Personal zu finden ist nicht so einfach Was will er denn jetzt Find ich genügend Munition oder wat Backsuit Krempel Sag mal Zu Langeweile Oder was Ich merke schon Die Die netten Leute hier Die haben es einfach nicht drauf Du weißt schon was PVE ist, ne Meister Dienstjacket Mischern wir den auf So Also Das war Der Teil Ich würde mal sagen Wir rennen mal jetzt Querfelder ein Ich gucke mal auf die Map Gehen wir mal nach Hier Dort ist eine Intersection Gucken wir mal Oha Drei Dudes Zwei Dudes Okay Jetzt wird's interessant Komm her da Komm her da Reloading Du bist ja noch viel schlechter Als ich So Give me your stuff Zwei Slots Zwei Slots So Wo ist denn dein Freund hin Ey Are you kidding me Hey Hey Whoa Okay Komm her, ihr Pfeife. Alle. Horschi. Mach dich fertig. So was. Okay. So ist das, was ich habe. Mein Beanie gefällt mir besser. Vier Slots, zwei Items. Auf und Weise Kohle hast du dabei. Gefällt mir. Der Goal. Nice. Catfish. Herrlich. Gut. Haben wir die auch umgeniedert. Okay. Ich werde mal gucken, wo wir uns als nächstes in Gefahr stürzen können. Und dann hoffe ich mal, dass ihr nächste Runde wieder mit dabei seid. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Dann. Bis dann.